hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von felot 4 und wir sind in sanctuary oder sanctuary city und wir was haben wir in der letzten folge ich weiß nicht mehr so lange her ist für mich ich weiß nicht mehr und was sollen wir jedes mal haben unser ziel ist die burg verteidigen genau das wollen wir machen weil irgendwas problem gibt es auf die burg und scheinbar die burg jetzt haben wir freigekämpft und jetzt muss man gegen irgendwas gibt probleme auf die burg gehen wir dahin erstmal wechseln wir war ich bin froh dass du da bist es treibt die leute an wenn ihr general die führung ist nicht schlecht aber ich bin froh dass du da bist es treibt die leute an um übernimmt uns liegen berichte über eine große gruppe von radern in der gegend vor ok vermute ich dass sie es mit uns aufnehmen können wir haben freiwillige einberufen wir haben also genug leute mal sehen wie sich die grünschnebel im kampf schlag aber unsere verteidigungsanlagen könnten noch etwas verstärkt werden solange es noch geht ok weil hier haben wir auch wieder aber fehlt uns die scheiße muss ich kurz schauen geht das nicht dann ist scheiße verteidigung bete ja neue leute und essen gibt es auch jetzige momental sehr knapp energie gar nicht nein leute legt mich aber fett wenn ich wüsste dass es so probleme gibt ja ich weiß ich weiß vielleicht kann ich ich weiß nicht mehr aber versuche ich noch was anderes machen genau kupfer scheiß ich hasse es wir haben nur ein kupfer na komm vielleicht würde klappen bauen wir so der verteidigung ah scheiße zu weit leck mich doch machen wir so äh bewegen wir das bis hier hin kupfer ja gut nein 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 müssen wir umdrehen äh was so so umdrehen genau die verteidigung ist ein bisschen gesteck glaube ich wo haben wir noch was zu verteidigen ach hier brauchen wir noch energie äh scheiß ich habe keinen kupfer mehr das ist über ziemlich scheiße warte warte äh drücke ich kurz äh v vielleicht mit glück habe ich muss ich merken ja genau zack äh warte habe ich noch die bitte 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 sag ja sag ja schrott schrott jawoll habe ich schrott genau vielleicht fünf wir das was ich hätte für dich nicht aber für mich schon Stahl ne das brauche ich nicht Stahl Stahl Scheiße ich will kein Stahl in den Kupfer Schrauben Öl Silber Silber Scheiße kein Kupfer ok oh man ich hasse es äh ok ähm Kupfer 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 was haben wir da oh da geht er das nehme ich mit äh holz was hast du da was hast du da Muni und hell will ich nicht das war der Holz nein nein das ist nix Kupfer ein bisschen scheiße weiß habe ich kein Kupfer ich habe ich habe dann habe ich hier angefangen zu steuern habe ich große fehler habe sehr viel sache hinterlassen habe ich zugeränder das gibt immer nur stoff aber will ich kein stoff das angang noch haben wir kaputt gemacht entscheidet jo warte mal ich hoffe es hier gibt es hier gibt es hier gut vor schroelz korken stall nein das will ich nicht das bringen wir auch nicht nein danke aber man mal aber moment mal komm machen wir hier mal jemanden ähhh das ist jemand hier ab also los ne die es äh hat Arbeit ne das ist Kate die mit uns oh da ist einer Ich gebe dir ein Befehl, ab jetzt sofort bist du ein, ah scheiße, wo bin ich gelandet? Wiese scheiße, ah, weiter, Enter, Resist, Wiesen, Z, okay, ach scheiße, Ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, also das heißt so, wo? Süd, West, da lang, aha, sehe ich schon. Alter. Alter. Wow. Alter. Was ist das für ein Krieg? Wo bin ich gelandet? Oh, nein. Echt? T whickelt? Ulica! Das war's! gut 20% verteilt dich ah du scheiße scheiße ich bin verletzte scheiße das habe ich schon und wo sie aber das nächste aua 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 was 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 alter schweiler der ist ganz hartnäckig ok wer ist weg wo sind die 50% ok du musst wo sind die alter schweiler komm der nächste wo ist denn einer da jetzt bist du komm 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 die kippe 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 noch mal nachladen ja und weiter jetzt alter muss ich noch mal Leben geben alter jetzt weiter geht 80% gut weg komm da da ist einer alter 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 der ist stark und vorbei ja jetzt ist alles hi denen haben wir gezeigt was passiert wenn man sich mit den minute man anlegt also jetzt general ich glaube kaum dass uns in nächster zeit noch mal irgendwer herausfordern wird juhu geschafft ich habe nicht gedacht so heftig würde ok leute das war ein harter kampf aber wir haben es geschafft ihr könnt stolz darauf sein wie ihr heute gekämpft habt wir haben heute viele gute leute verloren vielleicht fragt ihr euch warum ihr überlebt habt und eure freunde nicht die auf diese frage übersteigt meine gehaltsstufe ich kann euch nur sagen es ist an uns dafür zu sorgen dass diese opfer einen sinn haben aber wir haben keine zeit unsere verluste zu betrauern oder unseren sieg zu feiern wir sind die minute man verdammt nochmal und das heißt wir müssen jederzeit bereit für den nächsten kampf sein also zurück an die Arbeit leute jawohl meister gut es ist ganz stumm oder was warte hau äh raparieren oh fällt noch ok also ganz schade aber ist so haben wir verloren sozusagen fast verloren ähm wie ich sehe die haben nix zu essen so habe ich was zu essen für die ich glaube die äh die haben doch so zu essen eigentlich hab nichts das habe ich 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 doch habe ich hau noch was warte nein ok das ist alles was habe ich für euch besser als nix auf einer muss das machen das war echt so ein verdammter hatte knapp kampf ich habe gedacht ich verrecke gleich okay so hatte war auch nicht aber war es schon heftig sag ich euch ich glaube für sicherheit mache ich anders schuldigung aber ich muss das mal ich glaube der gronky will sehr viel der blut sehen oder blut blutige kampf haben da schicke ich eben wahrscheinlich gleich auf die auf den burg alter wo mein hund ist das habe ich schon ich verwechsel mal die taste das ist zwei oder eins das eine persönlich sehe nur zwei ich habe gesagt es ist zwei personen aber leider nicht blicken wo eine person hier ich muss den burg ein bisschen auch hier sein alle seine informierten mann okay deine waffe ist nicht da so smoking will ich nicht er gut nämlich dass das kommen nämlich den laser einfach zack fertig Ich weiß nicht, wieso ich trage irgendwie zu viel. Weiß ich. Muss ich kurz schauen. Wieso? Ähm, ja. Okay. Komm, nehmen wir einen Pitbull. Und gehen wir jetzt zu der, glaube ich, als irgendwelche neue Missionen, oder? Aber das war schon harter. Ich habe nicht gedacht, das wäre so hart. Hm. Gronky, ich glaube, die schicke ich nach irgendwo anders. Weil du ja ärmerst mir, die Sanctuary zu viel. Wo ist den Gronky? Ich versuche den Gronky kurz. Wo ist der? Ah, da bist du ja. Strong lernen, neues Wort. Red. Strong lernen, Respekt. Zu dumm? Hahaha. Respekt ist gut. Respekt ist ein gutes Wort. Strong, Respekt, Mensch. Mensch kämpfen gut. Mensch helfen, Strong. Super Mutanten sein Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch teilen wie Bruder. Super Mutanten kämpfen. Töten, nicht reden. Mensch töten, nicht reden. Mensch, sein guter Super Mutant. Äh, du bist ein dumm? Ein Idiot. Töte und teile. Danke, Strong. Ich respektiere dich auch. Na klar, Strong sein, stark. Okay. Strong mit Mensch gehen. Nein, tauschen. Nicht jetzt. Warum mich finden. Komm mit mir. Nein, tauschen. Finden. Tauschen? Nicht jetzt. Komm mit mir. Tauschen. Nein, warum? Wieso willst du diese Milch der Menschenliebe finden? Milch, sein Geheimnis von Menschen. Okay. Macbeth sagen, Milch machen Menschen stark. Stärker als Super Mutanten. Strong finden Milch. Trinken Milch machen Super Mutanten stärker als Menschen. Okay. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong mehr als schwache Menschen tragen können. Okay, du hast ordentlich viel Ausrüstung, als habe ich dir gegeben, habe ich. Alter. Woher hat der ganze Waffen überhaupt her? Hat der geklaut oder was? Meine Güte. Meine Güte. Ne, das will ich nicht. So viele Menschen, nicht strong mit Mensch gehen. Tauschen, komm mit mir. Komm mit. Strong gehen mit Mensch. Den da brauche ich lebendig. Klar, Strong? Keine Sorge. Strong hauen Gegner. So geht nach... Was ist das? Sanctuary. Sanctuary Hills, also. Sanctuary Hills, was ist das? Da ist. Jetzt machen wir so. Entschuldigung. Bereit wieder aufzubrechen? Wie fühlst du dich? Bereit. Gut, dann mal los. Strong finden Milch der Menschenliebe alleine. Was zum Teufel meint er damit? Egal. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Strong, du gehst auf der Burg. Wo ist die Burg? Burg, Burg, Burg. Der Sulk? Nein. Burg. Ja, die Burg. Wie sehen Sie, Strong? So. Der, ähm... bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen. Aber früher nannte man mich Murphy, die Wahnsinn. So. Leute, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns nach dem großen Kampf. Was wird weiter passieren? Bis nächstes Mal. Ciao.